Das ist Ei Nummer 1 von Nixe und Flip. Das wurde gelegt am 31.10. Und da sieht man jetzt schon wunderbar die Konturen von einem, also den kleinen Embryo, nicht die Konturen, sondern man sieht schon richtig einen kleinen Embryo da drin und wie kräftig das kleine Herz da schon schlagt. Wahnsinn, ich bin immer wieder fasziniert davon. Das ist der Wahnsinn. Das wird sicher mal ganz ein kräftiges Küken, so wie das Herz halt schluckt. So, dann mache ich mir wieder aus.